Liebe Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich habe vor kurzem ja ein Video über meine fünf Lieblingsfilme und fünf Lieblingsbücher gedreht und dachte mir irgendwie so, dass Kinder ja auch Lieblingsfilme haben und Emil hat auch Lieblingsfilme und Fernsehen und Kinder ist ja sowieso immer so ein Thema. Und ja, da streiten sich ja die Geister irgendwie, ab wann Kinder Filme gucken dürfen, was sie gucken dürfen. Manche werden einfach vor den Fernseher gesetzt und Eltern wissen nicht mehr, was läuft. Was ich persönlich nicht sehr schön finde, wenn ein Kind einfach vom Fernseher gepackt wird und Eltern nicht wissen, was da läuft. Auch die Sache, ab wann ein Kind Fernsehen gucken darf. Klar sind das viele, viele bunte Bilder, die kleine Kinder vielleicht nicht ganz so schnell verarbeiten können. Emil durfte so das erste Mal richtig Fernsehen mit mir gucken. Da war er knapp über ein Jahr. Jetzt kriege ich bestimmt schon die ersten Daumen runter, aber wir haben damit zusammen Heidi geschaut. Das tut mir leid. Und ja, das kam vielleicht einmal in der Woche vor. Und irgendwie lief auch manchmal der Fernseher, weil ich bin alleinerziehend. Manchmal braucht man außer Baby-Geprabbel auch irgendwas anderes im Hintergrund. Sei es Musik oder doch auch mal den Fernseher. Emil hat nicht wirklich hingeschaut in der ersten Zeit. Aber seitdem er so zwei ist, zweieinhalb guckt er richtig Fernsehen. Ich muss dazu sagen, in Berlin hat er deutlich mehr Fernsehen geguckt als jetzt hier. Ich glaube jetzt schon seit zwei Monaten haben wir nicht mehr wirklich Fernsehen zusammengeschaut oder eher alleine, weil wir einfach mehr Aktivitäten machen. Wir sind viel draußen. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn Emil mal einen Film schaut. Mir ist es nur wichtig, dass ich weiß, was er schaut. Und ich finde, da sind wir Eltern gefragt, was wir unseren Kindern zeigen. Und ich habe mal fünf Filme rausgesucht. Die habe ich jetzt so weit weggepackt. Wo ich eins auch mal sagen möchte, die möchte ich empfehlen. Die kann ich, finde ich, Rügen-Gewissens empfehlen, weil sie einfach schön sind. Weil manchmal, ich finde ja schon schlimm, wenn diese Sachen mit 3D kommen. Und zwar ist hier auch so eine Sache bei, die jetzt leider schon auf diese 3D-Optik gemacht ist. Aber warum verschandelt man Heidi? Warum verschandelt man mittlerweile Biene Maja? Ich finde, auch unsere Kinder können noch Zeichentricks kennenlernen und müssen nicht mit dieser Computer-Animation zurechtkommen. Und ja. Ich fange jetzt einfach mal an und sage ein bisschen was zu dem Film. Und das sind halt die Sachen, die ich Emil Rügen-Gewissens wirklich gucken lasse und weiß, dass ich da nichts Falsches zeige. Und zwar fange ich ganz einfach mal an. Er guckt ganz oft Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen kennt, glaube ich, jeder Zweite mindestens. Muss ich nicht viel zu sagen. Sprechender Elefant mit Freund Otto. Er lebt eben viele tolle Abenteuer. Sei es Berufe oder halt Abenteuer, wie eben gesagt. Emil liebt diesen hier besonders, weil Benjamin der Lokomotivführer ist. Emil liebt Eisenbahn. Und daher ist das so sein Lieblingsfilm. Die gehen immer so um die 25 Minuten eine Folge. Und mal darf er eine Folge gucken, mal darf er beide gucken. Je nachdem, was wir vorhaben, wann er es guckt. Ob es das Wochenende ist oder in der Woche. Und ja. Das ohne Probleme lasse ich ihn das gucken, weil es ist nichts Schlimmes bei. Und Benjamin Blümchen ist meine Kindheit schon gewesen. Und daher darf er das jetzt auch. So, dann hatten wir, das guckt er jetzt schon langsam, leider nicht mehr so oft. Vielleicht kommt die Phase wieder. Er hat ganz, ganz oft und gerne Lauras Stern geguckt. Laura ist ein ganz normales Mädchen, die manchmal halt Probleme und Sorgen und Ängste hat. Und am Abend sieht sie immer ihren Stern. Und der gibt ihr durch besondere Zeichen oder so immer Tipps oder steht ihr bei. Und das ist ganz, ganz niedlich. Sie hat noch einen Bruder, der heißt Tommy. Der spielt auch immer mit. Der hat seinen Beschütz-Michthund. Sehr, sehr süße Filme. Sind meistens so 10 Minuten lang ein Film. Wunder, wunderschön. Dicker Daumen nach oben. Und ich finde, das sind somit die ersten Filme, die man Kinder gucken lassen kann. Dann habe ich hier meine Freundin Conny. Ich bin mit den Pixie-Büchern davon groß geworden. Ich weiß nicht, wer Pixie-Bücher kennt. Das sind so kleine Heftchen. Die habe ich oft früher von meinen Eltern bekommen, wenn wir verreist sind. Da durfte ich mir mal ein, zwei für die Bahnfahrt aussuchen. Und da habe ich auch immer Conny-Bücher mir ausgesucht. Und Conny ist eigentlich... Conny lernt Backen. Conny lernt Schwimmen. Also es sind so diese wirklich alltäglichen Dinge, die unsere Kinder auch im Alltag lernen. Und das finde ich irgendwie total cool. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, mal ein Conny-Buch als Film zu sehen. Und jetzt praktisch, wo Emil auf der Welt ist, gibt es das. Hat viele, viele Jahre gedauert. Aber irgendwie sind das schöne Filme und Emil mag sie gerne. Sie gehen auch immer so um die 12, 13 Minuten jede Folge. Und ja, wie gesagt, alltägliche Situationen, die Conny erlebt. Hier ist jetzt zum Beispiel drauf Conny und der Osterhase. Conny backt Pizza. Conny hat Geburtstag und Conny spielt Fußball. Finde ich überhaupt nichts Schlimmes bei. Aber es hat 3D, was ich wiederum von der Zeichnung her nicht so schön finde. Ansonsten Geschichten-Top. Dann habe ich mal durch Zufall irgendwie diese DVD gekauft. Und sie ist seit dem ersten Tag bis heute der Renner bei Emil. Und zwar ist das Franklins zauberhafte Weihnachten. Franklins ist eine Schildkröte und ja, geht da drum, dass sie zu den Großeltern fahren. Die Oma erzählt eine Weihnachtserinnerung, dass es mal eine Glocke gab. Und dass denn da ein Rentier kam. Und ja, Franklins findet die Glocke, läutet die. Und das Rentier kommt wirklich. Und sie erleben halt da so ein bisschen was, weil der Opa sich noch das Bein verletzt. Und irgendwie ist es wirklich so, so schön. Und es ist wirklich ein schöner Weihnachtsfilm. Emil guckt ihn sogar im Sommer. Also er liebt diesen Franklins-Film. Und ich glaube, wer der mal weckt, wäre das Geschrei groß. Er geht ca. 45 Minuten. Und ich glaube, den werden wir demnächst wieder gucken. Jetzt so eine Habs-Weihnachtszeit. Wird da wieder viel laufen. Und ja, schaut einfach mal nach. Er ist wirklich, wirklich toll. Und auch die Lieder, die da drin sind. Also es werden so ein, zwei Lieder gesungen. Emil liebt sie zum Beispiel. Ist dort dieses Lied drin. Ich weiß nicht, wer es im Englischen kennt. Twinkle, Twinkle Little Star. Wird dort in Deutsch gesungen. Und es war ganz, ganz lange unser Einschlaflieb, was ich Emil denn in Deutsch vorsingen musste. Und zuletzt möchte ich euch Leo Lausemaus vorstellen. Leo Lausemaus liebt Emil auch sehr. Wir haben angefangen, Leo Lausemaus Bücher damals zu kaufen. Und die fand Emil schon toll. Dann kamen Hörspiele dazu. Und jetzt gibt es sie halt auch als Film. Und klar, durfte das dann irgendwie nicht fehlen. Emil wollte dann auch mal einen Film davon sehen. Daher hatte ich sie gekauft. Sie läuft rauf und runter. Und Leo Lausemaus ist, ich kann es einfach mal vorlesen. Leo Lausemaus ist vier Jahre alt und geht in den Kindergarten. Er lebt mit seiner Familie, Mama, Papa und seiner kleinen Schwester Lilly, in einem kleinen Dorf mitten im Wald, das aus allerlei Sachen gebaut wurde, die die Menschen verloren oder weggeworfen haben. Jeder Tag ist ein kleines Abenteuer für Leo und seine Freunde. Denn es gibt allerhand zu lernen, wenn man die Welt für sich entdeckt. Zum Beispiel, warum es bei den Erwachsenen eigentlich immer doofe Regeln geben muss. Warum Schummeln sich am Ende doch nie lohnt. Und wie wichtig beste Freunde sind. Im Grunde geht es auch um alltägliche Sachen, wie Regeln sind blöd, wie es hier angesprochen wurde. Oder Leo Lausemaus möchte sich nicht waschen lassen. Also eigentlich auch so ganz alltägliche Sachen, die wir mit unseren Kindern erleben, erlebt diese Mäusefamilie mit lieben. Und ja, es ist ganz, ganz süß. Und Leo Lausemaus, ich glaube, das kennen bestimmt auch einige, ist somit jetzt ein totaler Muff. Ja, und das sind so die fünf Filme, die ich wirklich sage, da habe ich keine Bedenken, wenn ich die mit Emil gucke oder er auch einmal alleine gucke, weil ich nebenbei dann den Haushalt mache. Entschuldigung. Und ja, daher ruhigen Gewissens lasse ich das dann laufen. Und er hat auch schon mal mit mir einen Walt Disney Film geguckt, wobei ich bei Walt Disney oft finde, dass da so schön die Filme sind, mitunter einfach so viel Trauriges und manchmal auch ein bisschen Brutalität mit bei ist, dass ich manchmal denke, ah, die müssen wir doch noch nicht gucken. Da kann er ruhig noch ein bisschen größer für werden. Und ja, daher lieber solche Filme, die kurz sind und wo er auch trotzdem Spaß dran hat, ein bisschen lehrreich sind, auch wenn ich ihm gerne die Welt erklären möchte und zeigen möchte. Und ja, das war dieses Video dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist wieder mal was anderes gewesen, wie in letzter Zeit auch. Ich probiere mich wieder ein bisschen aus, ein bisschen was Neues mit reinzubringen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch sowas weiterhin interessiert. So, sei es Bücher für Kinder, weiter, was ich so als alleinerziehende E-Mail mit auf den Weg gebe. Ansonsten in der Infobox wie immer Facebook und Instagram und meine E-Mail-Adresse. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.